Wo ist die Scully? Das ist Scully, ja? Ja, kann man sagen. Da ist ein Keks. Sieht gar wie noch ihre Wohnboot an. Warte, mal singen? Willst du singen machen? Okay. Frau Wirbel, jetzt sitzen sie doch schon wieder. Hätten Sie mir die Ehre, gehen Sie mal runter von dem, ja? So, wir montieren nun einen Schleudersitz für Frau Merkel. So. Ach nun warten Sie doch, ich krieg das doch dann wieder nicht hoch. Ja, warte. Scully! Du kriegst das doch nicht fest, wenn du... So. So goldstücke, gell? Genau ins Auge. Wollen wir den haben? Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Also mit dir kann man ja nicht essen gehen, du machst ja in die Mundzuwand kauen. Und jetzt bist du ein bisschen Oberdriss mit den Schlips. Anzi, dann kriegst du dann mehr zur Nasche. So. 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 So.